Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt mittlerweile, die Christine und ich, im Herbst angelangt. Christine ist Hochzeitsfloristin und wir haben schon in den vorigen Videos über Blumen und die jeweilige Jahreszeit gesprochen und jetzt geht es um Herbstblumen. Ja, jetzt sind wir schon im Herbst. Also auch fließender Übergang einfach direkt vom Sommer. Im Herbst ist die Auswahl nicht mehr ganz so groß, muss man sagen. Einfach Blumen, die wachsen halt im Frühling und im Sommer. Hortensien sind noch mit drin, Dahlien sind noch mit dabei, dann geht es langsam los mit Protea, so dieses bisschen Außergewöhnlichere einfach. Die Sonnenblumen ist natürlich auch noch mit dabei im Herbst. Bis September immer noch. Ja, genau. Man sagt ja so, ab Mitte, Ende September geht der Herbst einfach los. Genau. Und da ist die Auswahl wirklich nicht ganz so richtig, aber trotzdem wunderschön noch, weil man echt auch noch viel aus dem Ausland kriegt. Okay. Ja. Sehr schön. Und es sind halt nicht mehr diese knalligen Farben. Ja, ich wollte meinen Lieblingshochzeiten. Ja. Ich danke dir. Sehr gern. Und wir machen jetzt noch gleich weiter mit Winterblumen. Genau. Wenn es denn Winterblumen gibt. Ja. Bis gleich. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017